Ah! Ah! So? Tust du gerade Diamantenpressen im Box? Hallo? Nein, ich tue nicht Diamantenpressen im Box. Das ist nicht gut. Nein, ist es nicht. Das ist gar nicht gut, Leute. Nein, ich bin gar nicht schreckkauft. Ich bin schon abgehärtet dank Resident Evil. Sieben. Fünf. Sieben! Ah. Mehrere Teile, okay. Ein Armband? Nur Hakumi? Armband. Uh. Sie waren hier. Okay. Sie waren hier. Achso, jetzt habe ich geglaubt, hinterlämt auch gleich einer mit einer Puffmuff. Ah, kannst du da gehen? Ja. Hast du noch nicht? Nö. Okay, danke für die Antwort. Wo kann der dann hin? Nee, tut mir mal rein. Achso. Ups. Und der Schneid. Und der Sonne. Und der Sonne. Und der Sonne. Und der Sonne. Nao. Und der Sonne. Понял? Was ist denn hier passiert? Die sind alle zusammengekauert in der Ecke gestorben. Gehst du hingucken? Der kriegt Paras. Ich krieg auch gleich Paras. Einmal gucken kannst du ja. Da. Krieg keine Paras. Siehst du? Da. Infanterie, 14. Division. General war das? Nein. Was denn? Die da drüben. Oh, komm auch mal an. Aber warum sind die alle... Okay, das war's. Sind alle auf einem Haufen kapiert. Sind alle vor Schreck gestorben. Was ist da? Läsestunde. Ja, Läsestunde. Läsestunde. Oh, da ist Blut dran. Das ist ein blusiger Fingerabdruck, gell? So. 22. Juni. Streit in Crew. Ausgelöst von... Pvt, was heißt das? Private. Private Wagner. Jetzt in Gewahrsam. Gewalt breitet sich in der Crew aus. Er bittere Anweisungen. Ich kann nicht schneller lesen. Oder besser lesen. Wenn du da herumwedelst. Ich tue nur anfängeln. Mit Wörtern. Es ist ja so heiß. Okay, ich muss dort durch. Du musst dort durch, ja. Ich muss dort drüben hin. Das war aber zu offensichtlich. Hallo? Wie ist da jemand? Verflucht. Boah, jetzt hat es mich auch kurz gerufen. Perfekt. Wunderbar. Hey, du hast eine Taschenlampe. Guck, du musst da hin. Ich glaube, dir wird es gleich Quick-Temmerant geben, oder? Ja. Von dem kriegt der Paras. Oh. Tief durchatmen, Bursche. Mach den Spindorf. Mach den Spindorf. Mach den Spindorf. Mach den Spindorf. Das ist Wahnsinn. Ich gehe lieber zu dem Bild. Okay. Du gehst nicht zu dem Bild. Ich will ja nicht zu dem Bild. War man da nicht schon? Nein. Da ist was. Immer diese fetten Rappen. Ja. Atme. Warte. Jetzt musst du wieder wahrscheinlich atmen. Ah, sie. Atmen. Achtung, Achtung, Atmen. Es ist sie. Trotzdem. Es ist nicht sie. Jetzt ist er tot. Danke. Du hast dich verkackt. Du hast dich verkackt. Es ist nicht sie. Das war nicht sie. Das war der Typ. Besser. Besser. Verschwindet. Warte, da ist was zum Gucken. Schau mal. Du brauchst den Hinweis, den du haben kannst. Oder? Warum geht das jetzt nicht? Jetzt. Da ist die Tür, die nicht aufgeht. Ach so. Okay. Okay. Was ist Skelette? Skelette. 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 Wo ist eure Haut? Wo ist die ganze Haut? Das ist vertrocknet ja mehr Haut. Boah. Ah, da ist ein Zettel zum Lesen. Irgendeine Meinungsverschiedenheit. So. Lesestunde. So. Nein, zuerst vorne. 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 Internes Memo. Einen ersten Offizier Fischer. Sir. Sie haben über die Funksituation Unterricht. Was? Sie sollten über die Funksituation Unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen ohne Erfolg. 1.10 Uhr, 1.20 Uhr, 1.30 Uhr, 1.40 Uhr, 1.50 Uhr. Also alle 10 Minuten. Okay. Bis um 1.40 Uhr konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 3 Uhr wieder melden. Private Cooper. Uh. Einer vom Chat schreibt, äh, hat mich jetzt sowas von, hat mich jetzt so erschreckt. Ein bisschen Pipi. Hast du Pipi in den Augen oder in den unteren Gefilde? Ah. Nein. Nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Wahrscheinlich unten. Hinte. Hinte. Ich höre Pipi in den Augen oder Pipi woanders. Ah. Jetzt müssen wir einmal die große Runde langen. Jetzt bin ich einmal rundherum gegangen, wenn du kurz mit dem Chat beschäftigst. Bist du gefangen? Du kannst da rechts runter geräuschen. Ich weiß, ob ich will. Ich will nicht. Wenn ich dorthin gehe, dann kannst du zum Pfeifen fahren. Oh, da ist was. Dann fangst du nicht zum Pfeifen. Ja eh. Geht nicht. Du hast keinen anderen Weg. Das Spiel lässt dir keinen anderen Weg. Alex? Julia? Oh, scheiße! Wow. Das läuft allein. Ich hoffe, es ist jetzt nicht tief. Nein. Nicht einen Herzinfarkt sterben. Alles tief durchatmen. Jetzt bin ich wieder dran. Ich bin Frau. Ich mache Frauensachen. So. So, wie hin? Muss ich gehen? Frauensachen? Nein. Nein. Wieso lachst du dann? Puscht. Hm. Okay, da komme ich nicht hin. Hey, bist du sicher? Ich weiß nicht. Ist das gerade ein Geist? Nein, nein, das... Halluzination? Auch nicht. Sie glaubt, sie bildet sich da so. Der Bruder. Was geht hier vor sich? Der junge Bursche oder der Verlobte? Der Junge. Und das war jetzt hier richtig? Der geht rechts. Rechts? Da geht nichts weiter. Muss geradeaus gehen. Kommt jetzt eine gruselige Szene? Ein Rotz? Ja. Und keine Sorge. Es ist nur der jüngere Guter. Nicht, dass dem auf einmal... Ab... Ah! Ah! Was jetzt? Ah, Ypsilon! Scheiße, ich sterbe! Oh je, scheiße, scheiße. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Nein, Fliss! Bitte nicht sterben. Nein! Es ist nicht vorbei. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Es war ja nicht so oft. Was? Wie fließt du? Ich versuche es ja. Ich möchte nicht so schnell. Ah, ach! Was in Gottes Namen ist das? Willkommen in der Titanic! Was ist da am Tisch? Ich sehe am Tisch nichts. Was ist am Tisch? Rechts und links am Tisch. Da meinst du? Da ist nichts rechts, rechts und links. Da ist eine Tür. Oh, ist das wieder so ein Bild? Nein. Okay. Mach wieder zu. Wo rechts? Und meinst du die auf der Seite? Nicht rechts und links. Links ist der Brunnen. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Oh. Wie das auf? Buch mit Blut oder was? Okay. Ah, sie macht das auf. Oh. Ja. Achtung. So. Mahamari. Scheiße, Alter. Ritual von Treskaya abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Eine Jungfer der See ihrer Sinne beraubt. Warum? Da kriegt sie noch mehr Paras. Okay. Ich werde zu. Jetzt geh rüber zum Brunnen. Auf der anderen Seite vom Parkett. Mhm. Okay, das war irgendein so ein Ritualbuch. Wie komme ich da rüber? Kommt er vorbei? Da bin ich zu fett. Da ist ein Brunnen. I'm too fett. Ich komme da nicht durch. Wow, Mädchen. Du solltest abspecken. Die Steuerung ist wirklich die... Ähm, ja. Was geht hier vor sich? Ja, und? Was ist da beim Brunnen? Du musst ja noch näher hin. Ja, will ich ja. Aber sie lässt mich nicht. Da. Jetzt. Ja, ich geh ja nicht. Probier. Probier, dass du hinkommst. Das ist eine Alpha Wand. Komm doch nicht weiter. Okay. Komm doch nicht weiter. Vielleicht andersrum. Da. Jetzt geht's. Oh lecker. Erdbeersauce. Das ist der... Erdbeersauce ist das noch. Ein Pentagramm, das lass ich. Jetzt darf ich wieder haben. Danke. Erdbeersauce. Das ist nur Erdbeersauce. Das ist nur Erdbeersauce. Bewege dich. Bewege mich eh. Nicht mit Handyspielen. Und schon, Fliss. Nicht den Kopf verlieren. Du hast ja gesagt, er friecht die Decke runter. Passiert ja nichts. Geht ja weiter. Passiert nichts. Wo soll ja was runterfliegen? Oh, ein Bild. Oh, ein Bild. Oh. 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 Was irgendwas. Ich schreite irgendwas von Stopp. Stopp, stopp, stopp. Warte, da ist noch irgendwas. lecker blutiger vorhang will ich das mehr anschauen ich muss doch wahrscheinlich weiter oder hier stimmt was nicht also muss ich die treppe alter die kann da nicht runter plumpsen ok da ist alles voller soße voller erdbearsauce das ist nur erdbearsauce da hat was geleuchtet muss ich da jetzt aufmachen muss ich nicht okay ich gehe weiter ja wir sind in freiheit und haben uns da jetzt nicht rausgestürzt frische luft atme frische luft warte kriegt er im event vielleicht nein so hat sie tief durchgeatmet so leute jetzt kannst du die kiste schon wo kann ich in die kiste schauen da kommt der sie weg nicht der bruder jetzt und nicht irgendeine böse magie aber razziniere dich nicht hey brad was machst du ich hoffe er macht was toll du hast was falsch gemacht jetzt geht es bei einer weiter julia es ist sie hinter euch die haben schuhe an warum haben sie zwei schuhe an und die anderen nicht ah ah fucking hell wo ist sie jetzt oh gott sie hat getäubt dass sie sie jetzt im ding scheiße 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 so wie komme ich da raus was nein 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 das hast du nicht gesehen er ist nicht tot scheiße ich hätte nicht nachschauen sollen lass den scheiß liegen komm schon film da raus wie fühl mich da raus das hast du was getriggert ja dass sie wach ist wöch wöch wer ist der echte wöch wöch wer ist es welche tituierung das ist das ja das ist das starseian stirbt jetzt glaube ich was wöch wöch stopp er trink soll ich machen ja stopp stopp Ich hoffe! Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung, Schatz. Damit du mich eingefleut hast. Was? Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch dort, dieser Typ. Bist! Ich glaube nicht lange mehr. Oh. Jetzt nehmen wir das Messer. Toll. Jetzt geht's weiter. Okay, ach quatsch. Du musst nur sagen A, B, C, D, D und was. Falte ich hin. Ich will nicht, dass sie noch eventiert. Ich will nicht, dass sie noch eventiert. Wieso ist das jetzt ein anderer? Das ist ein anderer. Ist ja auch eine Tätowierung. Nein, das ist der mit dem Baden Auge. Mit dem Kinnigen Auge meinst du? Ich glaube, jetzt bin ich wieder oben. Ich glaube, da wirst wahrscheinlich nicht du wieder sein. Ich will, dass er nicht krepiert, bitte. Oder? Komm schon! Ich bin Julia, also ist trotzdem Julia. Ich will, dass er sie hier ist. Jetzt hilf mir bitte einen Moment, okay? Tja. Sag mal, ich kann sie doch an. Der ist hier! Was ist denn, Gezessen? Liebst du mich etwa nicht mehr? Scheiße, ich bin nicht stolpert. Du nicht so oft drücken. Ja, Entschuldigung. Was soll ich? Bringen. Bringen. Mist. Ich flamm. Scheiße, ich bin nicht ganz geschafft. Komm schon. Ich habe einen Quick-Double immerhin. Nein, du hast schon welche jemanden umgebracht. Also, wenn, dann bringe ich jemanden um. Komm schon, komm schon. Ich habe aber rechtzeitig getrinkt. Ich bin nicht sicher. Alle beieinander. Jetzt kriegst du es. Ich bin nicht sicher.